Herzlich willkommen zu Voreinstellungen in Indesign für Profis. Als ich ein Thema ausgewählt habe, dachte ich, man seien nach 5 Leute hier im Klassenzimmer. Voreinstellungen interessiert meistens niemand. Wer von Ihnen hatte die Voreinstellungen schon mal offen im Indesign? Hand hoch, schön, das ist gut. Wer hat sie dann gleich wieder zugemacht? Dann hoffen wir, dass der Rest alle Einstellungen begriffen hat. Nein, das ist ein Scherz. Es sind so viele Einstellungen und ich habe mir das überlegt, wenn ich das im Indesign zeigen möchte, dann haben wir das Problem, dass ich die ganze Zeit zwischen dem Voreinstellungsfenster und dem Indesign wechseln werde. Und das sind wahrscheinlich dann mehr nur das Fenster plus auch meine Wechselrei gesehen werden und wir dann schon 45 Minuten durch haben. Darum habe ich das jetzt nicht grafikmässig gemacht, sondern ich zeige das mit der Präsentation und habe gewisse Sachen schon vorbereitet. Und ich möchte kurz auf das Programm kommen. Zuerst werden wir die globalen versus die lokalen Voreinstellungen miteinander anschauen. Was heisst das eigentlich so genau? Dann werden wir wirklich die, ich glaube, 18 Paletten der Gesundheit durchgehen. Und ich werde dort ein paar Bemerkungen dazu sagen. Wie gesagt, es gibt auch bei den Voreinstellungen keinen goldigen Weg. Es gibt auch kein richtig und kein falsch. Es gibt vielleicht eine einfache und eine weniger einfache Einstellung. Oder ein besser und ein schlechter. Aber man kommt mit allen Voreinstellungen ans Ziel. Und nachher haben wir noch die Zeit für Fragen und Antworten. Wenn irgendwie Fragen sonst sind, während der Präsentation bitte einfach melden. Und ich werde dann versuchen, auf die einzugehen oder nachher auf die Zeit zu verwiesen. Was sind die globalen Voreinstellungen genau und was sind die lokale Voreinstellungen? Wenn man das InDesign startet und jetzt, wie ich, kein Programm offen hat, dann bearbeiten wir die sogenannten globalen Voreinstellungen. Das heißt, wenn ich jetzt auf Voreinstellungen gehe und da irgendetwas umstelle, dann habe ich das für sämtliche Dokument eingestellt, das ich ab dem Zeitpunkt erstelle, wo ich ein neues InDesign Dokument öffne. Wenn ich aber ein Dokument offen habe und dann die Voreinstellungen ändern kann, dann sind die natürlich nur dann gültig, solange das Dokument offen war. Sobald ich das Dokument schliesse, fällt das InDesign wieder zurück in seine alten Voreinstellungen. Und darum empfehle ich, zuerst, wenn man das InDesign aufmacht und kein Dokument offen hat, gewisse Voreinstellungen zu machen, dann muss man es nicht jedes Mal wieder von neuem machen. Das mit den globalen Voreinstellungen geht das so, dass man zum Beispiel auch ein Farbfeld anlegen könnte, das man immer wieder braucht. Ich mache das schon abbrechen. Und wenn man das anlegt und man kein Dokument offen hat, dann habe ich nachher das Farbfeld immer wieder zur Verfügung, wenn ich neue Dokumente öffne. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Schrift. Wenn mir die Minion Pro Schrift von Adobe nicht gefällt, dann kann ich auch sagen, ich stelle meine Hausschrift ein, sei das jetzt Helvetica oder was auch immer. Und somit hätte ich die schon immer nachher parat und muss sie nicht jedes Mal umstellen. Das ist einfach die globale Voreinstellung, die man macht, wenn kein Dokument offen ist. Jetzt wechsle ich wieder zur Präsentation und möchte, wie gesagt, gleich einsteigen in die einzelnen Reiter. Wir gehen jetzt wirklich nahe und nahe durch. Und sie kommen nachher auch die Präsentation von mir über die Slides. Sie müssen also nicht jedes Auge mitschreiben. Sonst wird es wahrscheinlich noch irgendeinen Krampf in der Hand geben. Und wenn jemand einen neuen Block braucht, dann bitte melden. Ich habe immer als erstes meine empfohlenen Voreinstellungen genommen. Das heisst nicht, dass sie die ultimative Richtungen sind. Das ist die, die ich arbeite. Und es gibt sicher auch immer dafür und dann wieder. Und die möchte ich auch erläutern. Als erstes könnten wir hier zu dieser immer Untergruppe laden. Das ist, wenn man eine OpenType Schrift hat. Das sind ja die eigentlichen Schriften, die man heutzutage brauchen sollte. Dann könnte ich bis zu 64'000 Zeichen enthalten. Und damit das InDesign nicht sämtliche Zeichen von einer Schrift ins Dokument einbettet, haben wir hier die Einstellung 2000 drin. Das heisst, wenn wir eine Schrift haben, die grösser als 2000 Zeichen hat, dann wählt die InDesign die Zeichen, die ein Dokument braucht und bettet dieses PDF ein. Wenn es unter 2000 sind, bettet es immer alle ein. Das heisst, wenn es eine alte klassische Postscript-Schrift ist, dann wird alles immer ins Dokument eingebettet. Das ist einfach einer, den ich nicht verändern würde. Der ist auch sauber so eingestellt. Dann möchte ich gerne zu den Abschnittsnummerierungen kommen. Was heisst das genau? Ich habe es immer versucht, etwas rot zu markieren. Ich hoffe, man sieht es von der hintersten Reihe. Und die Abschnittsnummerierungen ist ja so, dass wenn man hier einen Abschnitt hat, und man gerne zweimal eine Seite 1 hat, dann haben Sie das sicher auch schon erlebt. Reklamiert das InDesign und sagt, ich bin ein Computer, ich komme nicht raus, darfst du nicht mehr als einmal eine Seite 1 im Dokument haben. Dann gibt es die Lösung, dass man eben so genanntes Präfix macht. Das Abschnitts-Präfix, jetzt in meinem Fall, ich hoffe, man sieht es, steht da vorne Abs und dann Doppelpunkt. Und das ist beim Druck relativ mühsam, oder wenn man das PDF macht, sicher auch schon erlebt, muss man Abs, InDesign macht, glaube ich, automatisch Abs 1 Doppelpunkt hinein. Und dann muss ich Abs 1 Doppelpunkt 1 bis Abs 1 Doppelpunkt 4 schreiben. Und dann drückt es mir jetzt meine Seiten 1 bis 4, die blau markiert sind. Nachher, wenn ich die Seite 1 mehr drücke, ist es richtig, muss ich nur noch die Seite 1 angeben. Das passiert, wie wir hier in der Böge gesagt haben, Abschnittsnummerierungen angegeben haben. Also das noch schnell hervorgehoben, eben Abs und nachher bei der Seite 5 auf Seite 1. Jetzt kann man das auf absolute Nummerierung ändern. Dann kann das InDesign richtig zählen. Also es zählt einfach das Dokument durch. Wenn wir das wieder anschauen, wie das aussieht. Nachher in der Seitenpalette haben wir da wirklich die Seiten 1, Seiten 2 und 3 und Seiten 4. Und die Seiten, die vorher die Seite 1 war, in unserem Fall, wären die Seite 5. Man muss es allerdings auch angeben, Seite 5 hätte ich gerne. Und das Perplexe ist, zum Druck kommt dann die Seite 1 raus mit der Seite Nummer 1 natürlich. Das ist etwas, das einem etwas Mühe macht. Ja, ist leider so. Und sonst muss man halt irgendein anderes Präfix finden. Ich nehme meistens irgendwie ein kürzes CV für Cover oder IHZ für Inhaltsverzeichnisse. Die meisten lösen es dann so, dass es einfach im PDF sagen, drückt man Seite 1 bis 25. Dann ist es dann auch gelöst. Das wäre einmal das. Ein weiterer, der wichtig ist, wäre die Auswahl von gesperrten Objekten zu verhindern. Wenn Sie ein Objekt sperren, auf der Seite gibt es ja das schöne Sperren. Dann gibt es hier Schlösschen. Ich hoffe, man sieht es hier. Neben dem Text hat es ein blaues Schlösschen. Da würde mir das Indiesign sagen, das ist gesperrt. Wenn man es so hat, wie es jetzt ist, das heisst, die Auswahl von gesperrten Objekten zum Verhindern und das nicht angehackt ist, dann kann ich ein gesperrtes Objekt immer noch bearbeiten. Das heisst, ich kann zum Beispiel in die Textbox rein klicken und in den Text schreiben. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich habe lieber etwas gesperrt, dass es Gänsel gesperrt ist und nicht so wie der Fisch noch Vogel. Darum mache ich dort eigentlich immer das Haken rein und sage, wenn schon etwas gesperrt ist, dann soll es auch richtig gesperrt sein, wenn man dann gerne etwas ändern möchte. Hier sehen Sie, ich kann nichts bearbeiten. Das ist wirklich gesperrt. Ich muss zuerst auf das Schlösschen klicken und danach kann ich erst das bearbeiten. Und dann gibt es noch den hier unten, der Alle-Warn-Dialog-Fälle zurücksetzen. Da kennt sich vielleicht auch das Indiesign, das ist manchmal ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen motzig. Und dann gibt es immer nebentras Haken, das zeige ich mir das nie mehr an. Das wäre jetzt ein wunderschönes Beispiel, wenn man verpackt tut, das Indiesign darauf hinweisen, dass so Drucker ja alle Schriften kaufen muss, die ich jetzt mitgib. Und da klicken ich immer beherzt auf Nicht-Wieder-Anzeigen und dann kommt der Dialog nie mehr. Es gibt aber auch Fälle, wo es gut wäre, wenn der Dialog wieder kommen würde. Und falls das Ihnen mal passiert ist, falls er mal da gerade im Fieber ist und die alle wegklickt, dann gibt es da die Möglichkeit, Alle-Warn-Dialog-Fälle zurücksetzen und nachher bringt es Indiesign alle Fehlermeldungen wieder, die auch auftauchen. Also gewisse sind absolut sinnvoll. Andere, sage ich, sollten wirklich verschwinden und nie mehr kommen. Und dann kann man das wieder füllen, das nächste Mal kommt dann das wieder da, wenn ich die Fehlermeldung habe. Springen wir zum nächsten, zu der Benutzeroberfläche. Auch da möchte ich kurz etwas zeigen. Das Quick-Info, das ist, wenn ich über das Werkzeug fahre, dann kommt nach einer gewissen Zeit, das kommt dann, wie es heisst. Am Anfang ist das super gut, Sie sind ja alle in Voreinstellungen für Profis. Nach einer Seite braucht man die nicht mehr. Und dann kann man dort, wo schnell steht, das auch abstellen. Dann können wir die Hilfe nicht mehr. Gut. Dann als nächstes Transformationswert anzeigen. Den würde ich empfehlen, wenn Sie etwas rotieren oder skalieren, dann zeigt man das Indiesign, so ein grau hinterleiten Fenster, wie viel der Wert ist. Und dann würde ich unbedingt anhaken, sonst ist man hier im Blindflug. Das Indiesign rechnet das auch aus und zeigt mir das dann auch. Objekte und Auswahlwerkzeuge vorheben, die ich angestellt lasse. Wenn ich zum Beispiel etwas in der Vorschau anschaue und dann mit dem Maus etwas anwählen möchte, dann sehe ich auch auf Einschlag, wie gross das Ding ist. Wenn man hier das Haken rausnimmt, dann sieht es wirklich so aus, wie ein Drucklayout. Und ich sehe ab und zu ein paar im Kurs, die versuchen, das Layout im Vorschau-Modus und dann relativ Mühe zu haben. So macht es mehr Sinn, wenn man mindestens das Objekt einmal sieht, kann man es anwählen, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach oben verschieben, wie sich das gehört. Dann, die verschiebbare Werkzeugbedienfeld ist jetzt bei mir auf eine Spalte eingestellt. Das ist eine Standard-Einstellung. Wenn man das gerne in zwei Spalten haben möchte, ist vor allem am Anfang etwas besser. Dann sieht man die Werkzeug auf einen Schlag. Dann kann man das auch hier umstellen. Man kann auch ein Zeilen machen, für die Page-Maker-Freunde unter uns. Die haben das gerne, die einzeilige Darstellung, wird wahrscheinlich irgendwann einmal abgeschafft werden. Dann, ganz wichtig, das ist etwas, das zu Problem führt, ist, wenn man hier dynamische Bildschirmaktualisierung auf nicht verzögert einstellt. Dann kann es grausame Performance-Einbussen geben, beim InDesign, wenn man durch Dokumente durchscrollt. Dann versucht es nämlich, immer alle Bilder sofort nachzuladen. Sie kennen das, wenn man dann viele Bilder im Dokument hat, dann scrollt er wirklich im Schneckentempo vor 20 Jahren. Und das wollen wir nicht. Darum immer da, auch wenn es komisch klingt, man will ja nichts verzögert haben, soll alles subito da sein, bitte das auf verzögert lassen. Dann läuft es auch korrekt und man kann richtig im InDesign scrollen. Dann habe ich hier noch einen, Bedienfelder automatisch minimieren. Das ist, wenn man zum Beispiel die Seitenpaletten öffnet und dann ins Dokument reinklickt, verschwindet das automatisch wieder. Es gibt gewisse, die das sehr gerne haben. Ich bin einer, der gerne ab und zu Zeit gewisse Paletten offen hat. Darum habe ich das bei mir beispielsweise abgestellt. Wenn man das jetzt rausnimmt, dann muss ich wirklich auf das Werkzeug klicken. Es bleibt auch Stadienpaletten. Ich kann bearbeiten und muss es auch wieder wegschieben, damit es nachher wegkommt. Das ist aber ein persönliches Gusto. Wie hier gibt es kein richtig und kein falsch. Gewisse haben gerne aufgeräumt und andere haben es auch gerne, dass es stehen bleibt. Dann zu der Eingabe. Da möchte ich die typografischen Anführungszeichen erwähnen. Wenn Sie im InDesign Shift 2 machen, dann kommt automatisch, je nachdem, wie es eingestellt hat, im Wörterbuch bei der Rechtschreibkontrolle kommen automatisch die richtigen typografischen Anführungszeichen. Nämlich nicht die komischen Zollzeichen, sondern die schönen GMM, die wir in der Schweiz haben. Das weiss fast leider niemand, weil alle brauchen das im Wörter so. Und dann würde uns Indies haben, anstatt dass wir die suchen müssen, würde es uns automatisch ersetzen. Das ist sehr gebig und ich geniesse es. Es ist nicht so weh, dass man es nach vorne suchen muss. Dann, Textwerkzeug wandelt Rahmen in Textrahmen um. Das ist eine Diskussionsgeschichte. Ich finde es super, dass das macht. Dann kann ich nämlich, wenn ich irgendeinen Rahmen habe und das Textwerkzeug nehme und draufklicken, kommt man ja den Textwerkzeug mit einer punkteten Klammer rundherüber. Und dann wandelt es mir die Box in einen Textrahmen um. Es gibt aber solche, die absolut dagegen sind, die sagen, das will ich nicht, das passt mir nicht so. Ich möchte lieber, dass das nie macht. Dann kann man da das Haken rausnehmen, dann macht es Indies auch nicht mehr, ich persönlich finde das aber toll. Sonst müssen wir nämlich recht im Aus-Tasten nachher sagen Inhalt und sagen Du bist jetzt die neue Textbox. Das geht schnell, wenn man einfach draufklicken kann. Dann, beim Ausschneiden und Einfügen von Wörtern der Abstand automatisch anpassen ist so eine Wörterfunktion, wenn Sie dort ein Wort rausschneiden und hinterher hat es ein Leerzeichen oder eben keines, dann fügt das Indies automatisch ein oder löst es. Das ist super, finde ich gut. Das sollte man unbedingt darstellen. Wichtig ist, es macht es nur bei Leerzeichen. Wenn man ein spezielles Lehrzeichen hat, ein geschütztes Lehrzeichen oder so, dann muss man das weiterhin von Hand löschen. Das tut es uns noch nicht automatisch entfernen oder hinzufügen. Das heisst, dort ist noch ein bisschen Handarbeit angesagt. Dann das Ziehen von Texten und eine andere Position anschieben, das liegt genau auf die Fraktion von Wörter herkommt. Das ist ja so. Da kann man ja ein Wort auswählen und irgendwo mit der Maus hinfahren und wieder loslassen. Ich persönlich als alter Indiesign-Fuchs habe das überhaupt nicht Das hatte es vorher nicht gegeben. Darum habe ich das deaktiviert, weil ich möchte die Textbox packen und nicht aufpassen, habe ich ein Wort angewählt und verschiebe ich noch das Wort. Ich möchte Layout und nicht Textverarbeitung im Indiesign betreiben. Darum habe ich es abgestellt. Für die, die das gerne haben, jederzeit anstellen. Es ist nicht falsch. Im Textmodus unten dran wäre es aktiviert. Dort finde ich es absolut sinnvoll. Da kümmern wir uns nur um den Text. Im Textmodus ist klasse. Es ist, dass wenn eine komische Textansicht kommt, wo das ganze Layout plötzlich weg ist und man verschriekt, wo ist mein Layout? Einfach oben wieder zurückklicken und dann kommt es wieder in den Textmodus. Ich finde, es macht es absolut Sinn das anzustellen. Ich brauche es dort auch ab und zu mal. Aber im Layoutmodus möchte ich das nicht gerne haben. Jetzt der grosse Punkt intelligente Texte und Schluss. Das ist so eine Sache, so ein zweischneidiges Schwert. Und deshalb finde ich die Idee gut, dass man sagt, wir möchten gerne das haben. Wenn der Text länger wird, soll es automatisch eine weitere Seite hinzufügen. Ich finde es problematisch, wenn ich eine Broschüre mit vier Seiten mache und plötzlich einen Satz mehr habe. Dann füge ich plötzlich eine Seite mehr hinzu. Der Drucker wird sich darüber freuen, oder? Aber ich nicht. Darum, ich stelle es ab. Weil ich als Layouter möchte eine Kontrolle darüber haben, wann gibt es eine Seite mehr und wann gibt es keine Seite mehr. Dann gibt es die Fraktion, die sagt, ja, aber im Word macht man ja auch selber eine neue Seite hinzu, wenn zu viel Text ist. Ja, das ist richtig. Das Word ist auch ein Textverarbeitungsprogramm und ich sehe das InDesign vor allem als ein Layoutprogramm und nicht als eine Textverarbeitung. Zum Textliesschreiben ist das Word nämlich immer noch besser. Das sage ich auch als eingefleischter InDesignler. Zum Layouten ist sicher das InDesign besser. Und darum stelle ich das ab. Weil ich finde, das braucht es nicht. Aber wie gesagt, das ist persönliche Geschmackssache. Wenn jetzt jemand eine Dissertation oder eine Masterarbeit Layouten im InDesign schapeau, dann würde ich das unbedingt anstellen, dass automatisch neue Seiten hinzugefügt werden, wenn der Text länger wird. Dann würde ich es aber auf den primären Textrahmen beschränken. und dann kann man den eigentlich anlegen und im InDesign sagen, das ist der Haupttextrahmen. Und wenn der zu viele Texte hat, dann spring bitte wieder auf eine neue Seite. Und nicht, dass einfach irgendein Textblock plötzlich ein Wort zu viel hat und dann hat man plötzlich eine Seite mehr im Dokument. die Zielenabstand. Hier noch schnell der Zielenabstand. Einer ganz spezieller, der abgestellt ist in der Grundeinstellung in der Grundeinstellung. Ich habe noch nie Vor-Einstellungen gehofft. Das ist etwas komisch, haben Sie vielleicht auch schon bemerkt, wenn ich gerne einen Zielenabstand habe, wo sich mindestens ein Wort anwählen. Und dann, was passiert? Ich wähle das Wort an, durch den Zielenabstand ein bisschen erhöhen und es wird nur genau die Ziele erweitert bzw. den Zielenabstand geändert. Das sollte nicht so sein, darum würde ich hier unbedingt ein Häkchen empfehlen. Wenn man das Häkchen hier macht, dann tut es so, wie man es auch gerne möchte. Ich habe jetzt einfach in den Absatz rein geklickt und kann dann den ganzen Zielenabstand vom ganzen Absatz erhöhen. Die Frage kommt dann an, wie mache ich die Grundlinienversatz? Das habe ich auch schon erlebt. Für das gibt es dann ein separates Fenster, also man sollte nicht, wenn man ein Wort ein bisschen tiefer unten möchte, das nicht in Zielenabstand machen, sondern man macht das in dem Grundlinienversatz. Bei dieser Einstellung ist super, ist eigentlich schon alles richtig bzw. da gibt es von meiner Seite nichts zu ändern. Das würde ich dann einstellen, je nach gusto, die Zeicheneinstellungen. Wenn jetzt irgendjemand sagt, bei uns in der Firma haben wir aber anstatt 58,362 dann einfach eingeben. Meistens sind die dann immer gleich. Oder sonst würde ich das natürlich per Dokument anders ändern, wenn es unterschiedliche Dokumente sind. Ein wichtiger Punkt ist hier unten. Das ist auch schon korrekt eingestellt. Wenn ich z.B. Arabisch setze in dem Indesign, der auf einer anderen Laufrichtung ist, dann ist es so, dass man unbedingt das Häkli machen sollte, vor allem wenn man es mit einer deutschen Sprache mischen möchte. Dann weiss das Indesign, das Arabisch läuft in die andere Richtung. Wenn man das Häkli weg nimmt, läuft dann alles wie unsere Sprache und das wäre falsch. Darum ist es wichtig, aber schon so eingestellt, dass man es nicht extra eingeben muss. Falls Sie sich gefragt haben, was heisst das eigentlich genau. Das heisst, wenn man eben nicht latinischen Text hat, dann wird er eben schön eingebunden und läuft in die andere Richtung, so wie er eigentlich sein sollte. Dann da eigentlich nur eine wichtige, die ersetzte Schriftart, das ich auch schon mal gesehen habe, im Indesign, eröffnet ein Dokument, der Text ist so rosarot hinter light. Dann schnell in die Vorschau gehen, dann verschwindet es nämlich und ja drücken, oder? Dann gibt es nachher die berühmt-berüchtete Courier-Schrift auf dem Druck, genau die, die man nicht möchte. Ich weiss nicht, wer die Schrift erfunden hat, aber sie können armen. Das ist so, wenn es nicht gut kommt, dann kommt Courier. Ich möchte nicht der Schriftdesigner sein. Und die würde ich unbedingt anstellen. Jetzt alle anderen, die Sie hier bei markieren, kann man auch anstellen. Dann ist wahrscheinlich heutzutage fast jede Seite in verschiedensten Farben der Text hinter light. Ja, wenn man das gerne möchte machen, nur zu finde ich gut. Aber so, zum normalen Arbeiten, langteilig die Einstellung da. Jetzt da bieten das ersetzte Schriftdaten nie wegnehmen. Das sollte man bei mir ein Schlösschen anmachen, ein Totenköpfchen, das aufgeploppt, wenn man das Schlösschen wegnimmt. Das ist wirklich wichtig, denn dann kommt es bei der Ausgabe unweigerlich zu Problem. Weil die Schrift haben wir auf unserem Computer nicht installiert und dann tätscht es nachher in der Ruckerei. Darum da ein bisschen vorsichtig sein. Jetzt den Texten neben das Objekt ausrichten. Den möchte ich gerne zeigen. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Wenn man es so hat wie hier, dann sehen Sie, auf dem Text, ich zeige das Rast hier, schön eigentlich immer noch linksbündig ausrichten. Wenn ich das Häkchen da rein tue, dann hat sich geändert. Es treibt den Text da aus. Vor allem da unten sieht man es schön oder eben wüsst. Ich finde es nicht so schön, wenn es den Text austritt, dann gibt es grosse Abstände. Ich finde das überhaupt nicht schön. Gewisse andere Layouten sind fern davon. Wenn man den Text natürlich noch ein bisschen anpassen kann, dann ist das super. Aber ich würde für den Alltag das Häkchen dort rausnehmen. Dann kann man sicher sein, es folgt immer noch in der Kontur. Aber es treibt den Text nicht aus. Einfach, dass es zwischen die Lücken passt. Und ich empfehle, das Häkchen dort rauszunehmen. Bei den Einteilungen gibt es Druckbogen. Dann fängt die Seite bei Null an. Links in der Regel. Und dann haben wir den ganzen Druckbogen, der zählt. Wir können aber auch Buchrücken nehmen. Dann fängt es immer in der Mitte an. Das ist dann etwas komisch. Man muss einmal Minus und einmal Plus rechnen. Und ich würde empfehlen euch eine Seite. Ich finde die Seite am besten. Dann fängt jede Seite wieder bei Null an. Das ist aber Geschmackssache. Ich finde die Seite eigentlich am besten. Dann hier bei den Tastatur-Schritten möchte ich gerne etwas ändern. Das Indiesign kommt auch mit 0,25 mm. Und wer möchte sein Zeug um 0,25 mm verschieben mit der Tastatur? Also ich sicher nicht. Und ich stehe 0,1 mm ein. Und dann heisst es immer in meinen Kürzen, aber das ist extrem wenig. Das stimmt. Wenn man die Shift-Tasche drückt beim Verschieben dann macht es immer mal 10. Und dann habe ich es wieder um 1 mm verschoben. Dann kommt die Frage ich möchte jetzt aber etwas von unten links nach quer über die Seite oben rechts verschieben. Für das nehmen wir den schwarzen Pfeil und verschieben es bitte. Nicht mit den Tastatur-Schritten. Jetzt sind wir über einmal noch da. Also dort lohnt es sich dann schnell zum schwarzen Pfeil bzw. zum Auswahlwerkzeug zu greifen. Jetzt auch beim Grundlinienversatz der ist standardmässig auf 1 Punkt eingestellt. Also sogar 2. Wie Sie sehen, ich habe die angepasst. Ich weiss die Default-Werte gar nicht mehr auswendig. Und ich stelle dort 0,1 Punkte auch dort wieder mit Shift-Tasche gedrückt. Dann macht es einmal 10. Und dann kann ich recht schnell das vergrössern. Stellen Sie sich vor, Sie machen das Weiseitenkarte mit 7 Punkten Schriftgrösser und wollen das ein bisschen anpassen und der Text kommt auf 9 Punkte. Das macht dann recht viel aus. Beim Shift-Zielenabstand habe ich allerdings auf 1 Punkt gelassen. Das finde ich okay. Ich weiss niemand, der 0,2 oder 0,1 Punkte hoch möchte. Da macht es Sinn, das so zu lassen. Und beim Recurning und der Laufweite nehme ich anstatt 20 die 5. Dann ist es einfach ein bisschen kleiner eingestellt. Auch dort, bei der Shift-Taste sind wir nachher wieder mal 10 schon bei 50, was recht gross ist. So. Dann, ähm, beim Raster, das ist das ominöse eine berühmt-berüchtige Grundlinienraster. Es gibt solche, die lieben es, andere, die hassen es. Ähm, bei einem Textbuch, in dem wirklich viele Texte würde ich es absolut empfehlen, wenn man irgendwie ein kreatives Layout machen möchte, würde ich es nicht nehmen. Wenn man es aber nimmt, empfehle ich es dort zum oberen Textrand einzustellen, also relativ zum oberen Textrand. Die Idee dahinter ist, dass wenn man es einstellt, dass dann das Grundlinienraster nur im Satz Spiegel drin läuft. Das heisst, dort, wo die Spalte aufhört, hört auch das Grundlinienraster auf, sonst geht es bis zum Seitenrand runter. wenn man es anders einstellt. Es macht auch Sinn, wenn man eine hellblaue Hintergrundfarbe hat, Farben zu ändern natürlich, aber das würde ich wieder pro Dokument ändern. Das Grundlinienraster ist aber etwas, das ich generell für jedes Dokument separat einstellen will. Ich stelle einfach das mit Relativzu, ich stelle vorher ein, damit es uns nicht jedes Mal noch anhekeln muss. Aber wo es anfängt, ist bei jedem Dokument etwas anders. Ich nehme mir nicht an, dass alle Dokumente bei 12,7mm anfangen, sondern es ist unterschiedlich. Und das muss man eh nochmal einstellen. Aber als Grundeinstellung finde ich das gut. Was ist der Anzeigen-Schwellwert? Das ist, wenn man in der Vergrösserung ist und man hat 75% eingestellt, dann sehe ich das Grundlinienraster irgendwann nicht mehr. Sonst hat ja nur eine blaue Fläche vor lauter Linie. Und darum ist das der Anzeigen-Schwellwert von 75%. Je nach Computer, Laptop oder was man hat, lohnt es sich einzustellen, dass man auf 100% ist, dass man das Grundlinienraster noch sieht. Wenn man nachher weiter runterverkleinert, würde ich es nicht mehr empfehlen. Das muss man nach eigenem Computer, wie wo ist 100%, wie sieht es aus, im grossesten Bildschirm einstellen. Also gibt es keine Angabe, die richtig oder falsch ist. Dann beim Raster haben sie es ganz lässig eingestellt, 25,8mm und dann 8 Einteilungen. Wie viele gibt es pro Fach? Ich weiss das auch nicht auswendig. Aber ich mache, wenn ich es schon brauche, ich brauche das relativ seltenes Häuschenpapier, und unterteile das Millimeter. Es sieht furchtbar aus, wenn man es anschaut. Jedes Millimeter hat ein Kästchen, also ein sehr feines Millimeter-Häuschenpapier. Ich brauche das relativ selten. Ich komme dann fast zuständig, wenn ich das gesehen will. Mich lenkt das vom Layout extrem ab. Ich weiss, es gibt viele, die das gerne machen, so gross sind und damit ein Raster aufbauen. Dann kommen wir aber noch zu den intelligenten Hilfslinien. Die haben wir jetzt erst zeitlang. Darum brauche ich eigentlich das Raster fast nicht mehr, weil die Hindernisse sagt mir, die auch im Boxen gleich gross werden. Dann möchte ich gerne nur einen Wert ändern und einen Tipp mitgeben. Bitte bei den Farben nicht schwarz verwenden. Das macht keinen Sinn. Wie die Seite ist ja immer schwarz. Wenn alle Linien schwarz sind, dann habe ich keine Ahnung mehr, was ist die Ränder, was sind die Spalten, was ist der Anschnitt etc. die würde ich so lassen. Wenn es aber wie gesagt immer eine violette Hintergrundfarbe hat, als Firmenfarbe, dann ist das vielleicht nicht ideal, dann kann man die Farbe ändern. Die Farben haben einen Sinn, sie sollten einen vom Layout nicht ablenken. Ich weiss, es ist ein wenig perplex, wenn man die Farbe sieht, aber es ist so, nach einer Zeit, wenn sie mit Innocent arbeiten, die Farbe ausblenden. Darum würde ich sie unbedingt lassen, sonst braucht das Hirn wieder ein paar Monate, bis sich die neuen Formen umgelernt hat. Was ich gerne ändere, ist der Wert hier. Der Wert ist nämlich standardmässig auf 4 Pixel eingestellt. Das heisst, wenn ich in der Nähe von einem Hilfsliniengang oder irgendeinem Raster dann dockt es jetzt an. Sie haben gesehen, der Pfeil ist weiss geworden, dann dockt es an. Wenn ich 4 Pixel genau in die Nähe von der Hilfslinie, bzw. dem Raster, dann kann ich sie auch richtig genau anpositionieren. 4 Pixel sind wahrscheinlich wenig. Wenn so ein ultra aufgelöster Laptop hat, so 13 Zoll und dort ich weiss nicht wie viele Tausend Pixel drauf, dann würde ich sogar einen Wert von 20 empfehlen. Das lohnt sich. Und wer ab und zu am 1. April ein lustiges Dokument bekommt, der heisst, versuch mal etwas dort rauf zu platzieren. Und dann springt das immer irgendwo anders her. Dann hat man den Wert 100'000 eingegeben. Dann springt das irgendeine Box oder etwas, das ich immer zu den nächsten Hilfslinien oder zum Seitenrand hin. Weil in der Nähe von 10'000 Pixel nehmen wir immer irgendwo einen Seitenrand. Ausser man layoutet irgendwie an null die ganze Zeit. Aber so auf einem normalen A4-Dokument passiert das. Und dann einfach schnell in die Voreinstellungen wieder normal eingeben. Und dann ist der erste April-Scherze auch wieder vorbei. der kommt mich fast jedes Jahr über und die Leute finden ihn immer noch lässig. Dann erfassen wir mal, dass es gibt, dass man hier unten bei den Montageflächenoptionen oben und unten mehr Platz braucht. Bitte das nicht irgendwie als Staufläche verwenden, sondern wirklich ab und zu mal ein paar Sachen dort auslagern. Kann man dort bei den vertikalen Rändern vor allem etwas etwas höher machen. Das muss man auch, wenn man ein Leporello macht, das anstatt in die Breite in die Höhe geht. Dann lohnt sich das dort einen höheren Wert anzugeben. Dann hat man mehr Platz um die Seiten nachher untereinander anordnen. Die andere Alternative ist, dass man den Leporello um 90 Grad nachher mit der Ansicht und dann kann man einen L-Aouten. Ich würde ihn aber schon richtig untereinander machen. Das geht in meinem Design. Die intelligente Hilfslinie habe ich selbstverständlich immer angestellt lassen. Ich könnte ohne diese nicht mehr leben. Die sparen mir dutzende Hilfslinien, die ich ziehen muss. Und mit denen bin ich gute Kollegen geworden. Die sind wirklich gute Gefallen. Auch die dürfen gerne bleiben. Bei der Sprache würde ich wieder ein paar Dokumente einstellen. Durch ein französisches Dokument macht es keinen Sinn, dass man die deutsche Rechtschreibung einstellt. Wenn man vornehmlich im Deutschen arbeitet, der sollte bitte die richtige Rechtschreibung anstellen. Dann kommt sich hier unten bei Anführungszeichen die schöne G-E-Mail vor. Wir haben bei uns die blöden Zollzeichen. Die kann man jederzeit wieder ändern, wenn man die vorhanden wieder eingibt. Dann gibt das InDesign das wieder ignorieren. Dann gibt es die falschen Zollzeichen. Dann gibt es die Frage, was heisst das Hansbell? Was ist das genau? Vorher stand ja immer Proximity. Proximity war eine Firma, die eine Trennregel erfunden hat oder gemacht hat und die hat das oben eingekauft. Jetzt gibt es die neue Hansbell. Hansbell ist das, was Wikipedia und Konsorten brauchen. Das heisst, Hansbell hat den Vorteil, dass es ein paar neuere Wörter drin hat. Ich habe es einmal versucht, es sind beide schlecht. Man kann Proximity nehmen. Proximity macht Fehler, wo Hansbell es richtig macht und umgekehrt. Um ein Lektorat, das das richtig macht, kommt man nicht rum, wenn man es wirklich 100% korrekt haben möchte. Dann finde ich es sehr wichtig, eine Ausnahme für Silbertrainungen. Wenn man sich die schon Mühe macht und die erstellt, dann soll man sie unbedingt im Dokument und im Benutzenwörterbuch speichern. Wieso das? Wenn ich das im Benutzenwörterbuch speichere, dann habe ich es wieder. Dann muss ich es nicht nochmal neu eingeben. Wenn ich es im Dokument speichere, hat es der Ruckerei oder mein Kollege, wo ich es per E-Mail verschicke, das Dokument. Wenn es einer von beiden nicht hat, und man hat hier die Standardeinstellungen, das ist nämlich das Häkli hier unten drin, dann ändert es automatisch, wenn ich es in ein Dokument öffne, den gesamten Textumbruch zu ändern. Weil der, der das nicht eingestellt hat, der nur sagt benutzenwörterbuch, bei dem fehlen die Silbertrainungen und dann kann es sein, dass der Text anders umbrochen wird und dann haben wir ein Problem. Jetzt darum wichtig, immer an beiden nur zu speichern, das macht das Dokument ein bisschen grösser, aber heutzutage in der Welt von Terabyte und so kommt es nicht mehr darauf an. Dann würde ich auch empfehlen, benutzenwörterbuch in Dokumente einlesen, würde ich nicht machen. Da geben wir auch Gefahr, dass sich eben etwas ändert. Und das Letzte, was ich noch schnell möchte sagen, ist eben die Änderungen. Alle Textabstände neu umbrechen, wenn es eine Änderung gibt im Wörterbuch müssen Sie sich vorstellen, ich schreibe etwas und jemand bekommt eine Idee mit der Rente als anders, gibt es im benutzenwörterbuch ein, am besten noch in der Arbeitsgruppe, in der 50 Leute aufzugreifen. Und dann, wenn ich ein Hörger gestellt habe und das Indiesendokument öffnet, wird es mir schön im ganzen Dokument den ganzen Text neu umbrechen. Ich bin aber gerade fünf Minuten vor Drucktermin. schaue das Zeug nicht mehr an, oder? Und was passiert? Ich habe die Rente-Geflichterin, die ich gar nicht haben möchte. Der Text ist nicht so schön. Und darum empfehle ich das vor allem, wenn man in Gruppen arbeitet, wo man nicht die volle Hochheit über seine Wörterbücher hat, wo andere darum doktoren, würde ich unbedingt das abstellen. Wenn man als Grafiker arbeitet, der verschiedene Kundendokumente hat, ist es die Pflicht, das Hörger rauszunehmen. Sonst kann es sein, dass es jedes Mal bei mir anders umbricht, wenn ich vom Kunden ein anderes Dokument bekomme. Das will ich nicht. Das ist ein relativ Wichtiges. Dann die Rechtschreibprüfung empfehle ich einfach, die kleingeschriebenen Satzanfänge auszunehmen, sonst ist es, wenn ich etc. Punkt schreibe und nachher im Satz geht es weiter, reklamiert das Indiesign nachher, ähnlich wie es wäre. Das wollen wir auch nicht haben. Dann die dynamische Rechtschreibprüfung ist ein Kandidat, den ich nie anstelle. Es macht das Indiesign extrem langsam und kann auch zu Absturz führen. Ich möchte nicht zick-zack-Linie betrachten im Indiesign. Darum stelle ich das ab. Wer das gerne möchte, ich empfehle, dort wo grün 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 steht, nicht überall die gleiche Farbe zu nehmen. Dann findet man heraus, was der Fehler ist. Aber wie gesagt, ich stelle es nicht an. Sorry. Dann bei der Autokollektur das Gleiche in grün. Ich stelle das nicht an. Es ist zum guten Glück auch abgestellt. Im Word ist es ja angestellt. Ich hatte einen lustigen Fall von der Uni Zürich, wo die Professoren das Wort DNA geschrieben haben. Man kann drei mal raten, was das Wort daraus gemacht hat. Dann. Sie haben es nicht gemerkt vor lauter Schreiben. Man hat es dann erst in der Druckmaschine gemerkt, hoppla, Schorst, das ist etwas nicht mehr gut. So viel zu nochmal durchlesen, bevor man es drückt. Man musste alles neu drücken, bzw. zuerst neu lesen. Weil DNA und dann ist schon recht ein Unterschied. Seitdem her ist das abgestellt. Wenn man es jetzt aber hier im InDesign eingeben würde und würde sagen, das ist eine super Funktion, die möchte ich gerne haben, dann würde ich das empfehlen, dass man das per Dokument angibt. Es kann ja mal sein, dass es ein Dokument gibt, wo die DNA dann schon gebraucht wird. Das Problem an dieser Funktion ist, ich müsste es von Hand eintragen, meine Fehler. Erstens mal dieser Punkt. Zweitens ist, wenn ich es in einem Dokument nicht möchte, müsste ich es in einem Dokument separat eintragen. Viel Spass. Dann lieber schnell richtig durchlesen. Das ist wahrscheinlich schneller als hier. jedes Mal bei dem Dokument das neu reinzutragen. Ich lasse es abgestellt. Nicht gesagt, das ist aber Geschmackssache. Ich empfehle es einfach nicht, wie es zu Problemen führen kann. Das wäre das oder? Dann die schöne Notizeneinstellung, die kann ich nur empfehlen. Wer hat nachher noch einen InCopy-Track beim Andreas Burkhard? Niemand? Dort macht es Sinn, dass man das verwendet, die Notizen, wenn man allerdings im InDesign miteinander arbeitet. Ich finde, es macht nicht viel Sinn. Wichtig ist, dass nicht alle die Benutzerfarbe Gell nehmen. Das heisst Goldig übrigens. Es sind alle Goldig am Anfang, sondern dass jeder die Farbe für sich in ein Duell einstellt. Wenn wir jetzt alle eine Dokumentwirtschaftung haben und jeder hat als Farbe Gold, dann bringt es ein Schergefühl. Das sehe ich nicht, von wem der Kommentar ist. Also diese Benutzerfarbe nicht in den Voreinstellungen ändern, sondern man kann bei Datei, Benutzerinformationen die Farbe ändern, dann ist es überall eingestellt. Sonst kann ich es bei jedem Dokument ändern. Ich kann es natürlich auch darstellen und jedes neue Dokument hat es. Aber alle, die vorher mal geöffnet worden waren und hier noch Gold dringten, die bleiben auf Gold. Das wäre da die Farbe, die ich unbedingt ändern würde. So. Die Änderungen verfolgen auch etwas, das mehr die Lektorat lässig findet. Hier sind noch zwei, drei Tipps. Das steht hier unten. Die doppelte Benutzerfarbe verhindern. Was passiert, wenn ich etwas lösche? Dann färbt man das Indesign das ja an mit einer Farbe, jetzt in meinem Fall Gold. Und nachher merke ich, es war trotzdem falsch und mache es wieder rückgängig. Dann habe ich zweimal das Ganze drin. Und mit dieser Einstellung die doppelte Benutzerfarbe verhindern, kann ich am Indesign sagen, wenn ich eine Änderung mache und sie wieder rückgängig mache, dann ignoriere ich das. Und dann bringt es das nicht. Wenn man das ein bisschen nicht drin macht, ich glaube normal ist es nicht drin, dann ist es so, dass ich wirklich im schlimmsten Fall 30 Mal eine Änderung habe, die am Schluss wieder das Gleiche ist. Man hat es geändert, man hat es wieder gelöscht, man hat es geändert, man hat es wieder gelöscht. Dann zeichnen sie es jedes Mal auf. Und das möchte ich eigentlich nicht haben. Dann gelösten Text in Rechtschreibeprüfung einbeziehen. Das ist so eine Sache, will ich dann wirklich in der Rechtschreibeprüfung drinnen oder nicht. Ich persönlich habe es jetzt einmal dringelassen, aber man könnte darüber debattieren, will man das oder will man das nicht. Der Text, der gelöscht ist, gehört für mich gelöscht und gehört nicht mehr rein. Aber ich habe es jetzt einmal dringelassen. Die Textmodus-Anzeige sieht wirklich so schön aus, wie wir es dort sehen. Das ist das, was man manchmal verschreckt, wenn man als Neuling einmal auf die falsche Tastaturkombination kommt und dann kommt das Ding. Command oder Ctrl Y in einer Textbox drin, dann kommt das Fenster mit dem Text. Die Lektoraten lieben die Funktion heiss, weil dann können sie sich auf den Text konzentrieren. Stellt es sich einmal vor, Sie müssen in einer hellgelen Textkorrektur lesen. Relativ mühsam. Und dann ist es noch in einer Schnörkelschrift geschrieben, die eh mühsam zu korrigieren ist. Dann ist das Lektorat natürlich froh, wenn es wirklich nur den Text schwarz und weiss hat. Ich kann mir sogar von Wahrnehmungspsychologen sagen lassen, man soll sie so einstellen, den Text weiss und der Hintergrund schwarz. Das sind Augen schoner. Dann sind wir dann wirklich so wie vor 40 Jahren mit der Computertechnik. Das sieht dann aus. So im Terminal, wo da so Textkorrektur blinken, am liebsten noch ein bisschen fluoreszieren und leichtgrün. Das kann man übrigens auch einstellen, die Farbe. Und dann ist es mir so wieder in den 80er Jahren von der Computertechnik angelangt. Mein Lektorat, den ich gerne zusammen schaffe, das liebte Funktion heiss. Weil man sieht, wieviel Text hat es Übersatz, was muss ich noch weglöschen, etc. Und das ist gut, wenn nachher die Texte stimmen, ist es mir egal, wie es der Text war. Ich bin der Layouter. Das Lektorat kümmert sich um den Text. Da würde ich jetzt für mich nichts einstellen. Ich finde es okay. Blinken würde ich vielleicht einstellen, aber der Rest ist eigentlich gut, so wie es ist. Das ist das Fenster, wo wir gar nichts mehr in den Grundeinstellungen enttrennen. Jetzt etwas, was ich gerne ändern möchte, was ich viel sehe, wie falsch gemacht ist. Erstens mal hier unten, bei den Vektorgrafiken. Vektorgrafiken sind klar, was das sind. Vektorgrafiken und Rastergrafiken. Alle klar? Gut. Dann ist es wichtig, dass wenn man Vektorgrafiken positioniert und die Einstellung jetzt eben nicht so hat, wie hier, sondern dass es hier in der Mitte ist, wie hier oben, dann ist es so, dass die Vektorgrafiken so wüst und gescheckt aussehen, wie hier das European Voyager Logo. Ich möchte die Vektorgrafiken immer knackig scharf sehen, weil ich möchte sie vergrössern können und verkleinern. Bei Verkleinern ist es nicht so schlimm, für grösser sieht es dann ganz wüst aus. Und darum schiebe ich den Regler hier auf hohe Auflösung und wichtig ist, es ist kein Schiebe-Regler, es gibt die Position da, da und da. Wieso es nicht einfach irgendwie Radio-Buttons genommen hat, ist mir unklar, es sieht schöner aus, aber es gibt nicht irgendwie zwischen hier, in irgendeinen Bereich, den ich auswählen kann, sondern es gibt wirklich nur hohe Auflösung und den Regler einfach beherzt bis hinzuziehen. Ich erlebe das immer in den Kurs, die Frauen versuchen etwas zu schieben und die Männer reissen einfach, die Männer haben noch nie gefragt, in den 10 Jahren, die ich den Kurs gebe. Die schieben einfach und dann ist gut. Und die Frauen fragen immer, bei mir passiert nichts, es springt immer auf mittlere Position zurück. Einfach beherzt daran reissen, es kann nichts kaputt gehen. Das Ganze sieht nachher folgendermassen aus, das Voyager Logos wird schön scharf, das heisst, die Vektor Logos sind immer schön scharf und die Pixel Bilder bleiben weiterhin in der 72 dpi Auflösung. Was ich empfehle, ist hier oben, Standardansicht, auch wenn es heutzutage verlockend ist, Computer ultra schnell sind, bitte nicht auf höchste Qualität einstellen, wie was dann passiert ist, wenn Sie das Dokument speichern, Gesundheit, dann speichert das InDesign die hoch aufgelösten Bilder im Dokument und stellt sich mal einen Katalog vor, mit 20 Seiten, die auf jedem Bild 15 Bilder vorkommen und ich speichere das in hohe Qualität, dann macht das Dokument vielleicht von 20 MB auf 400 MB angewachsen und es geht dann etwas länger zum Öffnen und auf CD brennen oder auf DVD oder verschicken, es geht einfach viel länger. Darum gehe ich immer bei der Anzeige auf hohe Qualität und dort ja nie speichern drücke, wenn ich dann speichern drücke, schreibe es dann auch die Bilder ins Dokument das ist etwas, was viele nicht wissen und sich fragen, wieso wird mein Dokument Generellem Tipp, wenn die Dokumente zu gross werden, würde ich unbedingt das wieder mal speichern unter machen und dann würde ich das InDesign schön aufräumen weil sonst ist es ein wenig Wurstchen leider sonst würde es einfach die Änderungen zack, zack, zack hineinschreiben und verstöckeln und wenn sie neue Speichern unter machen dann würde es wirklich den alten Mist rauslöschen und nur noch das, was wirklich braucht schön an einem Stück hineinschreiben dann hat man wieder sehr kleine Dokumente eben am besten das mit der Auflösung typisch machen und nicht mit hoher Qualität dann den Text ausgrauen hier unten das ist so ein unding, standardmässig ist er auf 7 Punkte eingestellt man sollte ja im Offset drücken oder im Layout nie kleiner als 4 Punkte gehen, also ich finde schon 5 Punkte schwer zum lese ich persönlich dann sollte man nie unter 5 also unter 5 sollte man nicht gehen darum habe ich gesagt Text ausgrauen bei 100% dann gibt es nur so eine graue Linie wenn man hier 4 Punkte einstellt dann weiss ich ok, ich habe eine zu kleine Schrift wenn es kommt man kann ja sagen wenn wir sagen wir wollen nur maximal 6 Punkte Schriftgrösse haben dann würde ich auch eine andere Werte geben wenn der Balken in der 100% kommt dass ich so ein grauer Balken dann habe ich dort angeschlagen und weiss den Text muss ich grösser machen dann Kantenglätung auch noch etwas noch kurz Kantenglätung empfehle ich einzustellen es sieht mehr wie der Druck wenn man eine Ultra-Sinn-Schrift hat dann kann es sein dass sie sehr sehr dünn wird dann würde ich abstellen aber das würde ich nur pro Dokument machen meine empfohlene Voreinstellung da ist alle Schwarz-Töne korrekt anzuzeigen und ich hoffe man sieht das am Beamer wir haben links ja nein wir sehen es genau nicht normales 100% schwarz wo sie eingeplant haben das hat man kurz gesehen und da ist tiefschwarz am Bildschirm sieht man das relativ gut am Beamer leider nicht und das Problem ist wenn ich das in der Standardeinstellung wie InDesign das hat das ist folgendermassen alle Schwarz-Töne als tiefschwarz auszugeben am Bildschirm dann haben wir das Problem dass es einfach satt schwarz ist und ich nehme es sind immer nicht die gleichen Flächen man sieht es jetzt aber da wäre einfach beides satt schwarz und ich als Leihalter möchte das gerne bestimmen wann kommt tiefschwarz und wann kommt nicht tiefschwarz und da wäre mindestens so dass wo tiefschwarz angezeigt wird kommt der tiefschwarz nachher hinten raus bei RGB natürlich sonst nicht aber das schlimmste ist wenn man diese ändert natürlich eins auf korrekt und das andere auf alle Schwarz-Töne als tiefschwarz auszugeben ich empfehle wärmstens das als korrekt anzuzeigen dann sehe ich am Bildschirm was ist tiefschwarz und was ist nicht tiefschwarz und das ist falsch eingestellt wenn man das nie geändert hat wieso ist mir schleierhaft ich habe das nicht ganz erklärt ich finde das fast zu grob fahrlässig wenn man das nicht korrekt einstellt dann da schnell das Snippet wer von Ihnen braucht Snippets das sind ja die Dinge die man auf den Schreibtisch ziehen und dann liegen sie um einen komischen Namen ich brauche es nicht so oft aber für die die es brauchen die haben sich gefragt plötzlich nach dem CS6 Club Update vorhat man das Snippets reinziehen und sie sind genau in der Reposition reinkommen das ist dann plötzlich nicht mehr so gewesen Adobe hat das geändert und hat gesagt wir lassen es dort fallen wo der Auszeiger ist ich habe das an den Snippets aber lässig gefunden im Gegensatz der Bibliothek dass es immer genau dort wieder herangegangen ist wo es vorher auch war dass es die x- und y-Koordinaten gespeichert hat und das für die die das gerne wieder haben wollen das alte Feeling die können einfach auf ursprüngliche Position einsetzen und das Snippets wieder dort herange wo es vorher war und nicht dort wo die Maus ist dann noch wenn Sie das InDesign vor allem mit einem Server arbeiten Sie öffnen das Dokument und es drillt und drillt und der Balken geht nicht weiter dann liegt es vielleicht daran dass InDesign vor dem Öffnen vom Dokument oder ich sage eher beim Öffnen nach Bilder sucht die sich vielleicht geändert haben und wenn es auf dem Server ist dann muss es zuerst auf das Netzwerklaufer verbinden etc. die ganze Geschichte durchmachen und dann geht das lange und ich stelle das darum ab dann kommt das InDesign zwar nicht gleich fragen deine Bilder habe ich nicht mehr da dann muss man halt immer nicht auf eine Verknüpfungspalette schauen dafür öffnet es es schneller das kann ich empfehlen dann hat man das auch überprüfen würde unbedingt die Anlasshärkli oben dran sonst bringt es nachher keine Fehlermeldung mehr und da unten ist wieder ein zweischneidig Schwert wer hat schon mal die Excel-Tabelle verknüpft hat sie schön gelayoutet und dann ist der Chef noch mal rein die letzte Zahl geprüft und hat man sie im InDesign noch mal aufgemacht sie lachen davon schon mal erlebt schon ist nachher mühsam also darum da nie ein Hack machen es ist ja so wenn man sonst Text importiert haben wir den Text nachher im InDesign drin bei Excel und so könnte man das Hack setzen und nachher die Excel-Datei verknüpfen wenn sich die Excel-Datei ändert dann ändert sich nachher das auch wieder im InDesign das Problem ist nur es hat dann auch wieder die Formatierung vom Excel und das ist ja meistens nicht der Sinn von der Übung wenn es wie Excel aussehen soll dann ein PDF vom Excel machen und fertig wenn es aber so wie InDesign aussehen dann bitte das Hack da nicht machen dann hat man nachher Ruhe jetzt als letztes so schnell wenn man das Hack nicht rein tut PDF beim Einfügen bevorzug dann kann man zum Beispiel bei Kopieren von Illustrator nach InDesign dann kann man das als Pfäde beibehalten dann kann ich die Pfäde im InDesign bearbeiten wenn ich das Hack wie PDF beim Einfügen bevorzug setze dann habe ich nachher das PDF und kann das eben nicht mehr bearbeiten das ist einfach dann noch ein Unterschied ich habe meistens gerne Pfäde im InDesign wenn ich Copy-Paste mache wenn ich aber etwas platziere dann hätte ich gerne dass es nicht bearbeitbar ist gut und da ist es so etwas wenn man Kopieren und Einfüge von Text aus anderen Anwendungen empfehle ich es immer nur Text zu nehmen vor allem bei Word ist es so schön wenn man es sonst kopiert und einfügt hat man nachher sämtliche Farben und Absätze und Zeichen aus dem Word mit im Dokument und die möchte ich in der Regel ja meistens nicht haben jetzt sehe ich es ist schon 44 Zeit gerade schnell voran gibt es noch irgendwelche Fragen oder etwas was ich zeigen oder erläutern etwas was unklar ist dann bitte nur zu ja ich frage ich schaffe weil ich meine Sprache äh meine Dokumente habe ja und es muss weil ich also Korrektur also Spracheinstellung gibt es dann Einstellungen die man auf jeden Ebene einstellen weil ich muss ja immer meine einzelnen Wöchse dann wieder auswählen ja nein leider nicht aber ich würde es über Absatzformate lösen Sie können ja ein Absatzformat machen und dort können Sie das Wörterbuch angeben welches es braucht und dann würde ich sogenannte Absatzformate machen die auf anderen basieren dann können Sie sagen wir sind Deutsch ist Ihre Hauptsprache dann können Sie ein Absatzformat Französisch anlegen und das ist eigentlich genau das gleiche Format wie das Deutsch oder Sie übernehmen dort ich kann das schnell zeigen wenn Sie das wenn Sie das sehen wollen wenn wir da auf Absatzformate gehen und rasch ein Neues machen dann mache ich die Alt-Taste dann kann ich da basiert auf kann ich da sagen zum Beispiel jetzt Fliisstext Deutsch oder man sollte unbedingt Sprache heranschreiben und dann kann ich da ähm wo ist es irgendwo wo kann ich dann eine Sprache angeben und dann können Sie dort genau alles übernehmen und nur das Wörterbuch ändern es ist allerdings nicht eine Aufgabe das zu machen das ist ein bisschen mühsam jetzt ich persönlich das ist so wie man es nach offizieller Adobe vorgab macht ich stelle einfach die Ebenen ab was es nicht gibt beziehungsweise sie haben ja schon alles auf Ebene und stelle dann einfach das Wörterbuch auf Französisch um korrigiere die Französische Ebene ändere es wieder mache ich die Italienische Ebene und kann das italienische Wörterbuch holen ich mache es so weil sonst andere ist zwar in der Theorie schön aber in der Praxis ist es ewig ewig lang es wäre schön wenn man sagen wenn man eine Ebene kopiert ändert man doch gerade noch alle Absatzformate entsprechend ändern wenn das gehen würde dann würde die Funktion wieder verstehen aber wenn ich von Hand jedes Mal noch etwas anwählen und sage du bist jetzt anstatt Fliisstext Deutsch Fliisstext Französisch dann layout ich das Dokument mehr oder weniger zweimal also ist es so die Praxislösung wie man es macht Sonst noch Fragen? Ja? Sind die Vorstellungen im InDesign CC identisch oder gab es da noch andere Es gibt wieder ein paar mehr jedes Mal also irgendwann wenn man dann wahrscheinlich den Bildschirm quer nehmen oder Hochformat nehmen damit es gelangt es gibt immer wieder wenn ich jetzt genau sein wüsste ich jetzt nicht sie wachsen wieder einmal sie wachsen ab und zu auch wieder den Namen also das habe ich auch schon erlebt dass es im CS5 noch so geheissen hat und im CS6 heisst es plötzlich ein bisschen anders das habe ich schon gehabt ja hinten hat es gerade noch ja ich habe eine Frage vom Kopieren der Voreinstellung ja und darstellt man ja wie man einmal ein und dann seine Präferenzen nachgestellt richtig wir haben sich im InDesign CC dann haben wir das Problem wenn man die Präferenzen zu einem anderen user ja das ist ja so der Computer muss tupf identisch sein mit den gleichen Schriften mit dem gleichen InDesign auf die Nachkommastellung genau tupf gleich er muss auch wirklich ja die Schriften sind vor allem sicher das ist das was meistens fehlt er muss wirklich genau tupf gleich installiert sein wie der was sie es davon kopiert wenn nur eine Schrift fehlt dann klappt es eben nicht das ist ein Problem also irgendeine Schrift auf dem Computer wo anders ist also wenn jetzt ein Windows 7 PC ist und das andere Windows 8 Rechner beispielsweise dann würde es schon nicht mehr gehen dann sind sie nicht identisch man muss wirklich tupf gleiche haben also wenn ich jetzt ein Mac nehmen würde klonen würde ich würde es gehen aber sobald irgendwie in die Schrift nur etwas anders ist klappt das nicht das ist leider so dann gibt es nichts anderes wirklich als Bildschirmscreenshots und jeder muss es einstellen ist wirklich so schade aber leider weil das speichert bei den Voreinstellungen nicht nur die Sachen die wir hier eingestellt haben sondern auch andere Sachen leider es hat noch ein paar andere Sachen ja also offiziell hat Adobe es nicht mehr man hätte es auch vorher nie machen dürfen also es ist ein bisschen verwirrend sie sagen ja sie können die Datei überkopieren dann sind die Einstellungen gleich und im nächsten Satz heisst aber Achtung es muss wirklich tupf identisch sein und das ist eben wahrscheinlich haben sie irgendwann jetzt im CC noch ein paar neue Sachen reingespeichert die nicht gehen es kann schon sein vor allem weil es ja bei den Voreinstellungen die Option gibt dass man kategorisieren kann abladen oder dürfen ja also eben es hat dann Grund dass wir noch CS6 machen es gibt ja noch einen Track zum CC ich finde das CC ist zwar schön und recht aber versuchen sie mal in einer grösseren Gruppe das synchron zu behalten also nicht nur die Voreinstellungen sondern allein schon mal die Programmversion also mir ist letztens passiert ich habe zu einem Kunden und habe am Abend vorne schnell den Computer updatet und die haben am nächsten Morgen schon das Update gemacht und mein Dokument ist schon nicht mehr also es ist bei ihnen gegangen aber ich konnte das Dokument von ihnen nicht mehr öffnen wie sie noch schnell ein Update über Nacht rausgeschoben haben also für die Systemadministratoren recht mühsam werden das wirklich gleich zu schalten weil es ist wirklich wichtig wenn man in der Gruppenschaft sollte man wirklich eine InDesign Version bis auf die hinterste Nachkommastelle gleich haben nicht einer hat 0.4 und der nächste hat 0.5 dann geht es schon wieder nicht mehr und dann gibt es ja meistens die meisten Updates beim CC sind ja die Publishing Tools oder DPS Suite und dort gibt es habe ich das Gefühl alle zwei Minuten ein Update also ist leider so sonst noch Fragen also das ist bei mir wenn ich das CC habe ich hier das CS6 drauf ich habe es schon mit dem CC erlebt mit einer Cloud Version man kommt zum Kunden und es läuft plötzlich mit der Aktivierung dann komme ich nicht ins Internet wie es natürlich noch alles gesperrt hat dann mache ich eigentlich lieber eine Version wo ich weiss ich kann und sie läuft ich habe das CC hier in einer VM drauf also in einer virtuellen Maschine wenn ich es brauche oder in der Firma wenn ich es nicht mehr mache ich es dazu ich arbeite eigentlich hauptsächlich noch mit der CS6 und bis jetzt habe ich es noch nicht gross vermisst unter uns aber ich weiss es gibt nur noch CC das ist ah ja ich weiss Druckereien Druckereien steigen meistens also sie müssen ja meistens weil irgendjemand steigt dann schon um und dann kann das nicht mehr aufmachen bei mir ist es so ich habe von Inisend CS bis zu CC alles auf meinem Computer drauf und das dann entsprechend immer fragen ist es jetzt CS3 ja dann öffnet es im CS3 etc also es lohnt sich wenn man das noch behalten kann aber ich meine ich schaffe es mit InDesign 1 mit InDesign nicht CS sondern wirklich 1 und habe darum jede Version aber wenn man erst bei 5 gestartet ist dann hat man das Problem dass man die alten nicht hat ist leider so und ich hoffe dass sie irgendwie dort noch ein bisschen wie sagt man noch ein bisschen eine gute Idee haben wie sie das gescheit lösen wollen aber das ist dann nicht mein Problem sondern das von Adobe sonst noch Fragen? gut dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen weiteren schönen Publishing Day und falls jemand da bleibt der nächste Track für mich wäre in diesem Zimmer Dokumentenaufbau mit InDesign für diejenigen die weiter da bleiben wollen und guten Tag schwierige Sachen ja ich muss das nachher noch schnell als PDF draus machen und dann kommen Sie jetzt einen Link per Mailgeschichte genau richtig